Hallo und willkommen, hey ho muss ich ja sagen, zu einer neuen Folge. Wir spielen Minenarbeit mit eurem Vorbuddler. Bin hier mal unter unserer Monsterfalle, Mausefalle wollte ich fast sagen, Monsterfalle, in den Keller gegangen. Ich glaube, ist es hier auch schon zu Ende oder nein, 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 nein. Ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach einer richtig tiefen Höhle. Oh, Ressourcen, ja, ich habe irgendwie völlig vergessen, beim Bau der Monsterfalle hier auch mal weiter runter zu klettern in den Keller. Jetzt sind wir aber, glaube ich, am Ende angelangt. Jawohl, es ist eine Sackgasse. Aber gut, die Ressourcen werden wir uns auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir schon einmal dabei sind. Und hier in der Nähe. Silber kann man immer sehr gut gebrauchen. Wunderschön. Auf das Geröll. Ja, ich habe inzwischen ein wenig, ähm, noch ein bisschen weiter gemacht in einer kleinen Drehpause. Äh, wie immer nichts jetzt so besonders, äh, berauschen ist, dass ihr da nun wirklich irgendwas verpasst hättet. Im Gegenteil, es waren einige langweilige Sachen auch. Zeige ich euch gleich mal. Hier so Inventar aufräumen und, und was weiß ich. Äh, ich war auch mal drüben in dieser, einen Höhle, die wir beim letzten Mal noch gesehen hatten. Direkt in der Nachbarschaft, ja, im, äh, Gold-Eital und bin da noch mal ein bisschen tiefer rein in die Höhle. Hab da mal ein bisschen mehr Fackel hingehängt, hab die mal ein bisschen erkundet. Und auch eine Tiefbohren dort angefangen. Nur mal so, just for fun, ne? Und, äh, da können wir auch gleich mal vielleicht hingehen, wenn ich es nicht vergesse. Äh, war es das jetzt hier? Ja, gut, wenn ich es nicht vergesse. Also mal gucken, was, was uns jetzt hier noch so alles passiert. Wie gesagt, jetzt sind wir gerade unter der Monsterfalle. Äh, wollte einfach mal hin, um wieder mal ein paar Pfeile einzusackeln. Die sind uns ja doch wirklich sehr ausgegangen, die Pfeile. Dadurch, dass ich ja dauernd irgendwie getötet werde. Sehr zu eurer Freude natürlich. Ne, ich mach das ja auch alles absichtlich, damit ihr einen höheren Unterhaltungswert bekommt. Ne, nein. Ist einfach so, ach, jetzt ist es auch wieder dunkel, ne? Aber hier hänge ich keine Fackel rein. Das ist, äh, ist auch klar. Ne, das ist mir zu mickerig hier. Ich sehe noch alles prima hier, ne? Schaltet auf HD. Und da tut es auch gar nicht weh mit euren Augen. Obwohl, jetzt werde ich doch mal eine Fackel aufstellen, um einfach mal zu sehen, ob hier noch ein bisschen mehr ist. Ja, und die lassen wir jetzt auch einfach mal drin. Ich bin heute mal, ich, ihr merkt das schon, ich habe heute wirklich mal so meinen großzügigen Tag. Ja, das ist wirklich mal, ich bin mal heute nicht so. Ja, ich höre auch auf mal ein bisschen auf euch. So, ja, wo geht es denn lang? Hier habe ich mit provisorisch wieder so einen Aufgang gebaut. Das war also jetzt nicht wirklich, wirklich sehr tief. Ich meine, wenn man da unten bohrt, ja, vielleicht können wir das nochmal versuchen, aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich euch doch ein bisschen lieber noch zeigen, was ich in der Zwischenzeit noch so alles ein bisschen erledigt habe. Und was es so Neues gibt, ne? Äh, spektakuläre News, ja. Ein bisschen dahinter noch eigentlich, ist auch interessant, da kann man vielleicht auch nochmal eben gucken. Aber das mache ich jetzt nicht. Wir gehen mal wieder raus. So. Achso, das geht ja automatisch, das brauche ich gar nicht hinter mir zumachen. Pfeile nehme ich wieder mit. Knochen auch und jetzt schnell. Nichts wie raus hier, da kommt schon wieder, ne? Sonst bleibe ich hier wieder eine Viertelstunde lang stehen und sammle Knochen auf. Draußen müsste es jetzt relativ sicher sein. Ja, gut. Ähm. Ein Schaf, ein Schaf. Ja, ich habe inzwischen, also wenn ich Kamera aus habe, ne? Dann finde ich Schafe, ich habe schwarze Schafe gefunden, braune Schafe, alles so Seltenheitstiere. Äh. Und, und was weiß ich noch alles, ne? Das ist, äh. Sobald die Kamera nicht läuft, klappt das, ne? Dort hinten habe ich eine ganze Reihe Birken angepflanzt. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, dass wir auch mehr mal so Bäume züchten. Äh. Natürlich hätte ich jetzt auch so eine richtige Plantage, was weiß ich, bauen können und möglicherweise auch unterirdisch. Aber ich mag das so draußen. Es sind inzwischen, ah ja, es sind auch, das wollte ich nämlich gerade sehen, ob die inzwischen alle gewachsen sind. Und, ja, sind sie, ich denke, dann können wir auch einfach mal wieder zwei mitnehmen. Dafür habe ich das ja gemacht. Dann pflanzen wir die wieder ein und dann nehmen wir sie wieder mit und dann pflanzen wir sie wieder ein und dann nehmen wir sie wieder mit und das ist alles wunderschön. Ah, sind die auch immer so groß, ne? So. Ja, nach wie vor, seht ihr schon, äh, benutze ich keine Schere für das Laub, weil das für mich im Moment noch nicht so Sinn macht. Ein bisschen Laub habe ich schon auf Reserve, das, äh, wunderbar eigentlich. Aber, äh, erst in Beta 1.8 wird man das Laub ja wirklich überall hinsetzen können. Nicht nur dort, wo man schon Baumstämme so, äh, in die Erde gepumpt hat oder sonst was. Also in 1.8 kann man dann das Laub wirklich überall hinhängen. Dann wird es für mich erstmal so richtig interessant. Alles andere, äh, in Verbindung mit den Holzstämmen fand ich immer irgendwie ein bisschen, naja, ne, man muss ja auch nicht alles toll finden an Minecraft. So, die Setzlinge schnappe ich mir direkt wieder. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich gefällt? Das waren doch 1, 2, 3, 4 oder so, ne? Und da haben wir schon so viele Setzlinge. Ja, komm. Ne, dann sollten die jetzt auch wirklich mal, äh, wieder eingepflanzt werden, damit das immer hier zügig weitergeht. Und wir um Gottes Willen nicht in irgendeinen Birkenbaum-Notstand geraten. Ja. So. Sehr schön ist übrigens, ähm, hier noch eben was hin. Ach komm, den einen, den kriegen wir auch noch irgendwo untergebracht da vorne, zum Beispiel hier, ne? So, jetzt könnt ihr wieder wachsen, Freunde, jetzt könnt ihr wieder wachsen. Ja, hier oben, ähm, ne, ihr kennt ja die dunkle Ecke da hinten und da ist natürlich oben so eine, eine Plattform praktisch. Hier so drauf, diese ganze Fläche. Da könnte man natürlich auch mal was Schönes, äh, drauf bauen. Hatte ich schon mal angedacht, dann sieht das vielleicht ein bisschen so unstabil aus, weil es da unten so ein bisschen schwebt, da ist auch noch so ein schwebender Block, den kann ich auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen verändern. Oh, es wird dunkel, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komme ich denn jetzt hier irgendwo relativ sicher runter? Jetzt lande ich natürlich auch genau in der dunklen Ecke, ja? Da ist auch ein Creeper, der mich befängt. Ah, Herrgott. Mein, das war auch wieder jetzt klar, aber ist noch gerade nochmal gut gegangen. Äh, manchmal kann man leider, mit einem Sprung kann man da leider nicht, wieder umdrehen, dann ist es zu spät, dann kann man nur noch die Beine in die Hand nehmen. Genau das, was jetzt die Schafe tun sollten, wenn sie mich hier kommen sehen, mit der Schere in der Hand. Obwohl, das tut denen ja nicht weh, ne? Ich bin inzwischen auch beim Schafe scheren, das lohnt sich natürlich, die Schere zu benutzen. Ich mochte die Schere ja am Anfang nicht so gern, ne? Weil die ja auch so teuer ist, ne? Aber bringt natürlich relativ viel Wolle, viel mehr als vorher. Ja, ich kriege also meistens eigentlich drei Stück Wolle mindestens raus, oft auch dann vier Stücke. Und das ist natürlich was ganz anderes. Anfangs habe ich natürlich immer die Schafe mit dem Schwert umgehauen, weil ich dagegen protestiert habe, gutes Silber für so eine blöde Schere zu verwenden, ja? Ich lade mal aus und dann können wir auch direkt mal uns angucken, wie ich das hier gemacht habe. Den Knochen können wir auch hier lassen. Ich habe jetzt hier nach unten mal ein bisschen die, also wirklich die ganzen Kisten hier mal etwas besser aufgeräumt. Hier ist also alles mit Erde, Erdreich halt, Erde, Gravel, Sand, Flint, ne? Hier haben wir nur Koppelsteine, da sind schon mehrere Kisten, also die Kisten sind komplett voll hier eigentlich, ja? Bis auf ein bisschen... Ja, und dann oben noch, also enorme Mengen Koppelsteine haben wir hier. Dann kommt hier der Salz rein. Auch sehr schön und die Kohle. Prima, dann erinnere ich mich, habe ich doch gerade noch hier noch ein bisschen Stein reingelegt. Das ist eigentlich, das sollten wir direkt weitermachen. Ich denke mal, das ist immer gut, wenn man, äh, wenn man jede Menge... Ach komm, nimm mal direkt so zwei Stacks hier und die wir dann da reinfüllen. Das ist immer gut, wenn man hier eine ganze Menge, äh, auf Vorrat hat von schönen Steinen. Da braucht man ja schön, um das hinterher wieder alles herzurichten hier, was man vorher zerhackt hat. Ah, die kann ich auch mal hier lassen, das ist immer wertvoll. Ja gut, dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Nichts Besonderes, ähm... Ich weiß jetzt selber gar nicht, was habe ich denn gemacht? Ach, draußen den Balkon habe ich angefangen. Nebenan, habe ich erzählt, war ich in dieser Höhle nochmal unten. Da möchte ich gleich gerne noch hin, richtig? Allerdings mit einer Silberhacke, weil ich dort, äh, ja, jetzt schlafe ich erst mal. Das bringt sonst nichts, hier in der Nacht rumzurennen. Äh, schlafen kann ich inzwischen wirklich auch sicher. Das ist kein Problem mehr. Habt ihr gesehen, es ist alles wunderbar von uns, äh, gefunst, ja, wie man so schön neudeutsch sagt. Ist alles wunderbar. Ja, obwohl wir hier solche vielen Gefahren ausgesetzt sind, ja. Ja, gut, äh, unten die Terrasse habe ich da, habe ich noch ein bisschen den Eingangsbereich, äh, weitergemacht. Den wollte ich ja ein bisschen sicherer gestalten. Trotzdem erstmal gucken. Ja, es scheint... Also, ihr seht das hier, das habe ich halt angefangen und dann, äh, hier ist jetzt schon so ein Holzdach. Ein bisschen Glas eingesetzt, ein paar Lampen eingebaut, ja. Äh, ich würde sagen, mal komm, ruhig, ruhig mal eben, Schönstein. Und ein bisschen Erde, glaube ich, auch. Ja, hier das so. Da kann man auch ein bisschen Erde mitnehmen. Er habe ich sowieso, muss mal weg, das Zeug. Ne, das ist ja nicht auszuhalten hier. Ähm, ja, das reicht erstmal gucken. Schauen wir uns das mal an. Ich wollte da jetzt noch ein bisschen, oh, ja, also, hier ist jetzt eine Sicherheitskante, natürlich immer noch hier einer runterfallen. Also, richtig dicht werde ich das nicht machen. Ne, nur halt, dass man eben so ein bisschen besser schon durchlaufen kann. Das kann jetzt auch noch hier auch einer runterfallen. Gut, machen wir hier einfach mal ein bisschen, äh, wie ich das mir vorgestellt hatte, hier mal eben aufhacken. Hier wollte ich jetzt so ein, ein neuner Plateau haben. Äh, und hier jetzt so stufenweise in, in Halbstein, äh, eine Treppe runterführen. Ne, die Halbsteine habe ich natürlich jetzt gerade erst in die Kiste gelegt. Äh, weiß jetzt auch nicht warum, ne. Das war jetzt wieder nicht so sinnvoll. Ähm, die hole ich jetzt, sonst kannst du das vergessen. Ach so, Moment, jetzt weiß ich jetzt im Moment nicht. Ach, ich nehme dann jetzt auch die, die Koppelsteinhalbsteine. Weil, ähm, das ist dann ein bisschen, also, so bunt möchte ich es dann doch nicht haben, dass da so viele verschiedene Materialien verwendet. Da habe ich nämlich auch noch ganz viele, komme ich nur das 64er Stackdreck mit, äh, das ist besser. Viele Kottelz habe ich hierzwischen auch gejagt. Auch Leder habe ich wieder, also, in unserem, äh, der Herstellung unseres Matrosenanzugs. Steht also nichts mehr im Wege. Schauen wir mal hier lang. Ah, ne, 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 dann machen wir das auch noch schön da. Das machen wir auch noch schön. Die brauchen wir jetzt gerade mal nicht. So. Äh, nur mal, dass man das schon mal so sieht. Ja, erst mal so. Ja, toll, jetzt habe ich natürlich nicht genug Koppelsteine. Warum nehme ich eigentlich nicht alles immer sofort mit, was ich brauche? Ja. Dabei hat man doch die Kisten voll mit allem. Ja, ich habe alles so schön aufgeräumt, mein Inventar mal wirklich geklärt, ja. Äh, es kommt jetzt dabei raus, dass man dann irgendwie plötzlich die selbstverständlichsten Dinge nicht bei sich hat. Ja, das Spiegel müsste man hier noch aufstellen, ne, damit man immer um die Ecken gucken kann, wie so. Äh, siehste, Sand baue ich gleich auch noch. Sand baue ich auch noch, weil ich möchte da unten den Strand auch mal endlich schöner bauen. So, jetzt sind wir eigentlich schon hier, so auf dieser Höhe. Ähm, ja, da die Ecke ist jetzt natürlich völlig hässlich. Weg damit. So, auch vielleicht noch diese Reihe mit, äh, Koppelstein machen. Und die Mauer reparieren, auch in Koppelstein. Na, also. So, es ist das schon so ein wenig bündiger. Dann lassen wir jetzt mal hier, da, wo ist denn da eigentlich? Äh, da müsste ich das vielleicht mal, ja, ja, ja. Hüpf. Noch mal ganz nach unten ziehen, weil ich glaube, das ist ganz gut. So, wenn wir das jetzt hier ganz nach unten ziehen, diese Säule hier, ja, dann können wir auch diesen Erdhaufen hier, ja, wenn ich ganz weg, dann vielleicht nur so ein bisschen, ja. Ja, machen wir ganz weg und da unten setzen wir dann gleich Sand rein. Dann ist man hier direkt auf dem Strand. Repariert. Gut, ich hole Sand. Habe ich auch genug da. Wo finden wir Sand? Natürlich unter Erdreich in der linken Kiste. Da. Sand. Sand. Und ganz viel Sand. Ja, ist immer irgendwie zu eng. Also, ich würde mich ja freuen, also in 1.8 werden ja, kann man ja Lebensmittel dann mal stapeln endlich. Das ist schon mal ein Fortschritt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn man einfach mal mehr Slots hätte oder so. Das ist alles immer ein, ist irgendwie immer zu wenig. Wenn man so wie ich immer so gerne schon mindestens vier Slots mit grundsätzlichen Werkzeugen, oder eigentlich sind es ja fünf. Die Schaufel habe ich eigentlich auch immer in Slot 5. Den Rest habe ich so schön sortiert. Da bleiben mir immer nur vier Slots für irgendwelche Materialien. Das ist immer lästig, dieses ganze Tauscherei die ganze Zeit. Wenn man mal irgendwie mit mehreren Materialien arbeitet. Da würde ich mir wünschen, wenn man mal so ein bisschen mehrere, mehr Slots hätte. Also mindestens zwei noch mehr, dann sind es glaube ich, im Moment, dann sind es, es sind jetzt neun, dann wären es elf. Da können wir doch so ein Dutzend voll machen. Zwölf. Das wäre doch mal was. Das fände ich mal cool. Wir warten ab. Es wird bestimmt großartig, das 1.8 Update, dieses Adventure Update. Ich freue mich da sehr drauf. Bin auch der Meinung, die können sich da echt Zeit mitlassen. Also jetzt nicht Zeit verbringen, um, was weiß ich, möglichst viele Partys zu feiern, sondern wirklich, um wirklich in aller Ruhe das Update so zu machen, wie es sich eigentlich gehört und nicht so auf Teufel komm raus zu verabschieden und dann doch nur so eine halbfertige Geschichte abzuliefern oder eine total verpackte Geschichte. Ja, alles schon da gewesen und nicht nur einmal. So. Achso, das war unnötig jetzt. Ich wollte jetzt hier halt, ist aber egal, ich habe so viel Material. Das ist... So, jetzt fangen wir aber mal unten an, den Strand aufzufüllen, hier dieses Loch mal endlich zu reparieren. Irgendwie so. Das wäre doch schon mal was. Die ganze Strömung hier vielleicht. So. Mal gucken, wie man das noch... Kann man die Strömung beseitigen? Ja, das kann man, wenn man hier unten auffüllt. Da leider jetzt nicht. Okay. Ähm, ist jetzt aber nicht so schlimm hier noch. Ja, wunderbar. So. Äh, so breit ist das ganze Gedöne da. Guck mal, so werden wir auch unseren Sand wieder los. Und wir rächen uns auch so ein wenig. Diese Erdecke ist auch nicht schlecht. Da kann man ein Blümchen draufpflanzen. Wir rächen uns auch für die ganzen Creeper-Angriffe, die wir hier so erlebt haben. Immer kurz vor der Haustüre. So, wenn man jetzt... Äh, wo geht man denn hier so hin? Ich weiß sowieso nicht, warum ich diese Treppe hier baue. Hier gehen wir ja eigentlich nie lang. Ja. Komm, mal machen wir jetzt einfach hier so ein... so ein Dead-End, ne? Also wirklich so eine Sackgasse. Einfach mal so. Weil hier kommen wir ja nicht. Das ist einfach jetzt nur ein schöner Runterweg, dass wir hier mal relativ schnell auch wieder hochkommen, wenn man, äh, wenn man da flüchten muss, mal wieder. Hier können wir noch ein bisschen verschönern, aber hallo. Und die Kohle, da können wir mitnehmen. Die Kohle nehmen wir mit, bevor wir hier alles wieder zubuddeln. Ui, ist ja richtig viel, natürlich. Ja, doch noch mehr. Gut. Nix dagegen. Wer brummt hier schon wieder? Also, mitten am helllichten Tag. Das kann ja jetzt auch wieder nicht sein. Ist hier bestimmt wieder irgendwie ein Spawner oder eine Höhle hinter. Ja, na, ich drehe mich jetzt nicht um. Ich drehe mich jetzt nicht um und gucke, wer da kommt. Ich kann sie spüren. Ich mache jetzt zu, dieses Loch, ja, damit da drin nix, äh, spawnt und uns da mit irgendwelchen Gerülpse auf den Keks geht. Das können wir ja selber ganz gut. Also, auf den Keks gehen, Rülpsen, den tun wir natürlich nicht. So. Ja, hier mache ich noch ein bisschen mehr Erde rein. Ach, und den Rest, den Rest, den fülle ich mit Sand auf. Ich glaube, das wird dann schön. So. Mal sehen, ja. Ja, doch, so im Prinzip. Vielleicht hier noch so ein bisschen so eine Ecke rein. So. Das ist jetzt auch doof hier. Das kann auch weg. Wenn schon Strand, dann richtig. Ja, da können wir höchstens auch ein paar Kakteen pflanzen. Ah, das ist ja hässlich. Das ist ja, also das sollten wir jetzt auch machen. Komm, machen wir erstmal hier so zu. Jetzt habe ich nicht mehr genug Sand dabei. Vielleicht kriegen wir es auch so mal hin, dass es noch so relativ hübsch dann aussieht. Nö, glaube ich kaum. Das war es jetzt erstmal. Ich hole Sand. Was ist das denn? Wieso liegen da jetzt Kotelets? Wie kann das denn jetzt sein? Also ich war das nicht. Runtergefallen. Ah, runtergefallen. Das ist die Lösung. Ja, klar. Guck mal. Ach, da ist noch eins da oben. Wir sind da irgendwie, ja. Und da ist auch wieder eine Kuh auf dem Baum. Da ist irgendwie immer auf dem Baum ist irgendwie immer eine Kuh. Ja, das ist nun mal so. Also, ich habe dafür auch keine Erklärung. Ja, aber da oben habe ich schon tausend Kühe runtergeworfen. Oh. Gut. Wir sollten die Türe hinter uns immer zumachen. Klar. Ja. Aber gut. Ist ja nichts passiert. Kotelets kommen direkt mal in die Kiste. Ich habe auch inzwischen wieder ein wenig Reserve. Nahrung. Ja. So. Lalalialala. Die Kohle tun wir auch weg. Ist ja so wertvoll. Haben wir denn noch hier? Sand brauchen wir noch draußen. Ja, nehmen wir mal Sand mit. Und dann gehen wir erstmal wieder schlafen. schön. Bin noch schon richtig müde. Viel Sand geschaufelt. Ich finde das ist schön mit dem Bett wie das so steht und man immer auf die beiden Türen guckt die so links und rechts sind. Ne. Also das ist sehr schön. Ähm. Wieder raus und das Wasser reparieren. Mensch, das habe ich schon wenn ich daran denke. Ja. Ich habe das schon so lange vor das Wasser zu reparieren da unten. An diesem verwüsteten Strand der einst mal so schön war. Ne. Achso, vielleicht jetzt doch mal die Tür wieder zumachen. So. Gerade noch von gesprochen und dann doch wieder vergessen. Jetzt laufe ich hier mal runter. Wahrscheinlich werde ich jetzt schon wieder verfolgt. Da in der dunklen Ecke habe ich inzwischen auch mal zwei Fackeln reingestellt. Ich hoffe mal das hilft uns ein wenig. Im Ernstfall. Gut. Äh. Da kommt jetzt mal ein bisschen Sand rein. Mal sehen. Äh. Fände ich schön wenn das Wasser hier so ganz wieder aufgefüllt wäre. Ja. Dann. Mal gucken ob ich das hinbekomme. Wegen es ist so ein bisschen Ja. Es tut sich ja schon ganz gut an. Ja. Äh. Ja. Und? Was passiert? Was ist? Ja. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Ja. Hier jetzt nicht mehr. Das ist jetzt vorbei. Ah. Ist natürlich ein bisschen viel Strömung. Da können wir aber noch nachhelfen mit Eimern. Ja. Dann füllen wir das noch ein bisschen nach. Oder so. Erstmal. Ja. Noch mehr Platz. Nein. Das war's. Hehe. Gut. Hier noch ein bisschen die Löcher auffüllen. Auch wäre natürlich auch schön wenn der Wasserfall dann jetzt auch mal wieder das Meer erreichen würde. Oder beziehungsweise das See. Das ist ja kein Meer. Übrigens hatte ich hier auch letztens so eine eine Tintenfischplage. Also wirklich was? Fünf, sechs Tintenfische hatte ich plötzlich hier drin. Da habe ich natürlich alle sofort erledigt. Ja. Wegen der Farbe. Obwohl ich die das sind ja meine Lieblingstiere. Das wisst ihr vielleicht nicht. Aber habe ich schon mal erzählt. Ihr müsst euch alle hundert über hundert Videos von mir angucken. Dann wisst ihr alles über mich. Da könnt ihr mir folgen bei meinen teilweise unverständlichen Erklärungen. Ah so. So ist das doch schön. Das sieht ja auch sehr natürlich aus hier jetzt. Hier auch noch ein bisschen was hin. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Da fehlt doch auch irgendwie einer. Ach guck mal. Könnte das doch schon. Ja hallo. Ja hallo. Das ist ja also noch nicht so perfekt aber immerhin das war jetzt eine Möglichkeit. Auch so Stolperfallen ja. Stolperfallen mag ich nicht. Besonders nicht in dieser Ecke hier. Okidoki. Ja. Ich würde sagen beim nächsten Mal äh gucken wir uns mehr um und dann bauen wir noch mehr und alles super und so ne. Ich hoffe ihr schaltet wieder ein und verpasst das nicht. Ähm dann würde ich sagen viel Spaß mit Minecraft und mit Minenarbeit.de Euer Vorbruder sagt erstmal tschüss. Ja. 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 Vielen Dank.